Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen Langkang-Dumm-Aubom. Was pack ich ein? Was pack ich ein? Was pack ich ein? Ich pack das ein. Tritt ihm bei. Oh was? Ah, war schon von uns, oder? Wo war der? Der Heli war doch immer, glaube ich, oder? Der Heli war doch nur auf den Heli schießen, oder wo ist der Heli? What the fuck, was für Geräusche hier? Das ist ein sehr großartiger Krieger, wir müssen sicher sein. Wir müssen sicher sein. Oh, das ist unser. Ähm, was da ist ein Panzer? Hier ist bei A. Das sieht nicht gut, mir sieht schlecht aus. Was schießt denn hier immer? So voll krank. So, da ist nichts. Ich bräuchte noch ein Boot, und das steht hier vorne. Und so, das ist die A, also rechts von mir. Immer gut. Ich würde sagen, der ist abgestürzt. Ist hier denn ein? Ja? Ja, da. Alles klar. Den haben wir gesehen. Na, los, komm her. Schmeckt aus. Geh an Land. Geh mit dir. Ist er schön ausgestiegen? Ich glaube, wir sollten eine A angreifen. Ich habe gesehen, die Schöne beschossen. 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 Was ist das? Oh, mein Gott, wie ist das? So, oh, der schießt schon wieder ein Sniper, dann. Naja, der schießt schon wieder auf mich. Nein, nein. Mann, wie nervig diese Typen doch einfach mal sind. Naja, wie weiß die Sonne, ey. da steht aber was schießt auf uns aber der gut ach die liegen einfach nur blöde rum alles klar hier standen die Hohenborns mal darf ich mal das Aufklärer nicht versuchen ich kann es gleich nicht erfreundlich scharfschützt ist nicht so ist mir beitreten wo sind uns noch drinnen um sie sind hier und die Unruhe Dein Muster wir können die ist klar ist klar naja und der will 65 wieder den ganzen tag ist dann ist das wohl kein wunder habe ich dafür schon irgendwie jetzt bist du nicht das ist natürlich total ok hier äh äh wieder mal folgt die taste hier ja 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 das ist ja nicht mehr naja wie du einfach nur beschleppert was sie behindert aber aber und da ich mich wieder toben vorbeingenommen habe das wäre ja schon verstanden warte kommt ein Boot kommt ein Boot au 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach shit, da war noch ein Boot, alles klar Ja, nur das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe nur auf denuft, Geachtet Zum Gemäldner vom Seite beschossen werden, hab ich jetzt nicht gedacht das ist äh ein Boot gewesen wäre schon wieder nen Panzer, wo planeth will er den haben? der ist und war doch gerade irgendwo wie ich die nicht gesehen habe das gibt es doch gar nicht wieso habe ich den jetzt nicht gesehen also mich am arsch ey ja seitdem die mich gestern die neuen karten gespielt haben komme ich dir gar nicht mehr klar ich finde die so behindert ich finde ihn also die sind zwar schön gemacht von außen her aber alles keine frage aber sie sehen einfach nur behindert aus sie lassen mich total behindert spielen tut mir leid aber das ist nicht schön überall hast du berge wo dein ganzes mutteren rumpeln also alles weiter spielen werden und ansonsten hat er eigentlich schon gewesen meines erachtens war sind so alles viel zu viel fahrzeuge Ich bin nicht mehr geladen, aber... Ich traf ihn jetzt nicht mehr, wie ich bin oder was? Moment. Oh! ich habe Feuerschutzhilfe auf jeden Fall Was ist denn Heli von denen jetzt? Wo sind der jetzt? Das ist auf jeden Fall ein Zit. Ach komm, ich treffe den nicht. Wir müssen vorwärts gucken. Das sind zwei. So, ein Verreck. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, warte, die... Wir haben nur einen anderen Kurs. Ah. Hm. Hm. Ich... ich... Jetzt nur raten, ob es jetzt ganz günstig ist, jetzt hier stehen zu bleiben. Kommst du noch rein bei mir? Ja. Okay, dann nicht mehr. Dann... Wir müssen gleich mal weg. Nummer 4. Los komm. Oh. Ich hab doch nicht weg. Wut. Okay. Leute. Schade sei das ich dafür nix bekommen, ne? Dann die dann da irgendwie aufstürzen oder so. Das ist schon ein Dorf. Für dich. Ähm. Was ist das? Da ist ein Geamer. So, dann stamm wir mal kurz aus. Da war ich aber nicht Ja, shit Okay, hat sich alle nicht Na gut Was ist hier am Bund? Ich habe mich ja eigentlich ein Stück seltsamer gesagt Ja, aber Hätte besser sein können Was kommt denn in Krieger da jetzt oder was? Das gibt es nicht, der ist ohnehin tot Der lebt immer noch Oh, da hinten ist der Sniper immer noch da Wohl getroffen, die Sau Ja, normal Alter What the fuck Jetzt mal ohne einen Witz Oh, komm, dat der geht jetzt her Oh, komm, dat der geht jetzt her Von denen ist doch nichts in der Luft Von denen ist nichts in der Luft Und ich habe trotzdem so viel Schaden bekommen Oh, jetzt komm her So What? 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 Das ist heute mal gewesen, hast du den nicht gesehen? Junge What the fuck Woher geht's? Ich habe die Dynamie denn gelegt, dieser Fuhu Wie geil war das denn? Das ist denn, ich weiß, lustig Okay, wieder was? Was ist der? Sie ist der in der Wenn ich noch ein file分isel Ich muss mir многeln Das ist aber Ah Alles, das war Was denn? Die Flügel ist in der Flügel. Die Flügel ist in der Flügel. Jawohl. Äh, gucken wir mal auf der Flügel. Da ist der Sliper wieder der Klee-Sack. Die Flügel ist in der Flügel. Dieesanamed直接 am�� turns passt. Die Flügel ist in der Flügel. Dasad ihr jetzt Alto locations gemacht habt? Zaud j unquote counten Soxen Нет! Die Flügel ist in das Déjtypen. Die Flügel ist durch eine Flügel Cordährung nachgoßt. Ja, naja.. Wie geil, das ist so episch. Der ist schon wieder im Boot. Ja, hier muss ja einer sein. So, das Boot hier ist gestanden. Das ist ja so geil. Hä? 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 Äh, mal innehmen. So. So, mal schauen. Na, was war, na? Ja, da geht's. Und zweiter von denen? Von wo? Wie kam das denn jetzt schon wieder? Jetzt haben wir's in der Luft, oder? Na? Eigentlich nicht. Von den Booten. Ihr seid ja Ärsche. Ja. Komm schon. Komm, gib mir einen... Gib mir einen Schussfeld, komm, gib mir einen Schussfeld, komm, gib mir den Schussfeld! Jetzt! Oh, Junge. Oh, Junge. What the f? Die stehen hier vorne alle, ne? Aber die haben keine Gunner, dann kann das sein. Das sieht mir das irgendwie nicht so aus. Die lassen sich reparieren. Was heißt, der sitzt da noch irgendwo in der anderen Runne? Warte rum. Warte Nummer 1. Die Juhu immer schön von der Seite reinschießen. Ja, da ist schon ein Händler. Die Juhu weg. Ähm. Die Juhu ist nicht zu beantworten, dass ich es habe. Ne, ähm. Also Fahrzeuge am besten immer von der Seite reinschießen. Oder anschließen, weil sie da halt ihren, ähm. Möchte ich sagen, wie soll ich das jetzt nennen, nochmal so. Ähm, wenigsten Schutz haben. Also wenig Panzerung. Weniger Panzerung. Ähm, die meiste Panzerung. Ja, genau. Ist klar, ich schiebe am Panzer oder was. Warte. Warte. Ist gut, ja, ja. Wie viel Energie, oder? Was ist unser, okay? Ich kann sagen, äh, jetzt spielen wir einen Helio in unserer Basis. sein äh können wir nicht so gut schießen schießen wer gesagt mal wieder ja gut oh ich bin mal positiv oh oh wir haben aber schief die nichts mehr Also. Tun wir den jetzt schon rein? Naja, aber da ist schon wieder einer. What the fucking hell. ETF. Der ist aber ausgestiegen. Das heißt, der sitzt jetzt hier irgendwo hier oben. Der muss jetzt hier irgendwo sein, ne? Da ist er. Fassier, Mann, kommker! Gott sei Dank, die Captain Ausst- Wahnsinn. Hallo? Ähm. Ja, ein Problem ist, wir haben... Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dazuziehen soll, aber wir haben gerade ganz schön Punkt schlecht gemacht. um soll bedeuten ja dass wir halt diese Punkte verloren haben ja Leute, die gerade im Mut bekommen aber dadurch sich jetzt gerade nicht mehr aussieht Alter! Mann! Was machst du denn hier? das hat doch einfach nicht Blinzeln irgendwo rüber Mann! Oh, was soll denn der Scheiß? Das hab ich denn... da guck! komm, komm! gib mir, gib mir, gib mir – gib mir die Geist! Gib mir doch einen Schieß! was ist los mit dir? nire werda presenterge折 problèmes viel aus der uns gut jetzt gerade ja, das ist eh sowieso einer meiner, ich muss äh... Fahrzeuge, muss man einfach mal so sagen Ich würde sagen, da ist feiner aber ähm... komm komm so ist hier gut ähm, ja, ich sollte vielleicht ein bisschen bleiben Hä? Was war denn da? Ach da! Ich würde sagen, kaputt nicht hier sehen Ja, schon wieder diese hässliche Sniper Nein Na ja, wir verlieren Ach, na ja was sollt Shit! Ach 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 Ah, das stimmt Ähm, da war nicht viel gerissen Deinen Sniper haben wir nicht wegbekommen Das... hm Konnt ihr ja nicht noch mehr äh... beschäftigen? Ja, ging ja schon gar nicht mehr Das sind jetzt aber ehrlich gesagt nicht allzu viel Rims Und Punkte auch nicht, hm Alles klar Bis zum nächsten Mal haut rein, tschüss! Zange 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 Ja,allah Zange Schneid